Willkommen im Restaurant Split. Heute zeige ich euch, wie man eine Dorade vorbereitet zum Grillen. Auf was man genau achtet ist, dass die Augen ganz glänzend sind. Ich schneide jetzt die Dorade auf, die Innereien entfernen, die Kiemen entfernen, dann ein bisschen schuppen und dann wird die Dorade gewürzt. Vorbereitet für die Pfanne. Die Dorade kommt in die heiße Pfanne mit Olivenöl, jeweils vier bis fünf Minuten jede Seite und somit ist die fertig. Ein kleiner Tipp von mir, bitte keine Zitrone mit Grillen oder mit Braten, dass sie einen bitteren Nachgeschmack hat. Erst zum Schluss beim Teller.